Hallo und herzlich willkommen zu Mr. Luke Zock Pro Cycling Manager 2021. Heute mal wieder mit einem neuen Tutorial auf meinem Kanal und zwar soll es sich heute um das Thema Scouting bzw. Talente drehen. Ich hatte kürzlich mal in meiner Karriere mit dem Team Kubeka auch ein Scouting Spezial gebracht, so habe ich es genannt. Ja, wo ich aber im Prinzip eher mich darauf beschränkt habe, dass ich für die Karriere passende Talente einfach mal scouten will. Und heute habe ich mal als Beispiel Team Jumbo Wisma genommen und recht intensiv quer durch viele junge Fahrer im Fahrerpeloton sozusagen gescoutet. Und möchte euch da einfach mal die Ergebnisse davon mitteilen. Vorab möchte ich an der Stelle noch kurz ein paar Dinge loswerden. Zum einen ist das jetzt meine subjektive Liste, die ich hier zusammengestellt habe. Also habt bitte Nachsicht, wenn die jetzt nicht vollständig ist. Wenn ihr ebenfalls noch Talente auf dem Zettel bei euch habt, dann kommentiert das doch einfach gerne mal, sodass alle anderen und auch ich daran teilhaben können. Denn wenn man jetzt nicht irgendwie jemand ist, der immer in der Database Sachen nachschaut, editieren will oder sowas, ich beschränke mich da meistens immer aufs Spiel. Dann ist es natürlich schon schwierig, dann nur durch Scouting oder die eigene Erfahrung super Talente herauszufinden, sage ich mal. Gut, ich habe hier mal eine Liste zusammengestellt von 50 Fahrern, die ich anhand folgender Kriterien zusammengestellt habe. Zum einen habe ich mich auf maximal 23-jährige Fahrer beschränkt und die Fahrer haben zumindest laut Aussage meiner Scouts mindestens 3 bis 6 als Talent. Das heißt, wir haben 3 bis 6, 4 bis 7, 5 bis 8. In der Range aufsteigend haben wir entsprechend Talente in meiner Liste. Und ja, das ist so ein bunter Mix aus Fahrern, die man schon kennt. Tobias Voss hier fährt natürlich bei Dumbo Wismar im Kofi-Team und ist sicherlich vielen bekannt. Und ebenso wie Ide Schelling von Bora, also meiner Meinung nach zwar immer noch Talente, aber jetzt kein Juan Ayuso zum Beispiel, der gerade zu UAE gewechselt ist. Das nur einmal so zur Info. Also das ist so bunt gemixt, auch aus verschiedensten Bereichen. Also da sollte es eigentlich an nichts mangeln. So habe ich die Liste jetzt zusammengestellt, einfach damit auch Neuansteiger mal eine kleine Datenbank haben an talentierten Fahrern. Zunächst einmal möchte ich jedoch zeigen, hier im Bereich Nachwuchsarbeit, wie meine Scouting-Berichte zustande gekommen sind, sage ich mal, beziehungsweise welche Fahrer ich noch gescoutet habe, die laut Meinung meiner Scouts hier zu wenig Talent haben. Zum Thema Genauigkeit des Potenzials, was die Scouts anbelangt, kann ich, sage ich mal, keine hundertprozentigen Aussagen treffen, da ich das, muss ich sagen, selbst nicht mathematisch jetzt komplett durchgetestet habe, wie da die Gesetzmäßigkeiten sind. Was ich jedoch sagen kann, ist, je höher der Ruf, desto besser overall, so sollte es ja eigentlich auch sein. Das heißt jetzt nicht, man muss immer einen legendären Scout haben, aber da ist die Wahrscheinlichkeit schlichtweg höher, dass das Potenzial, was er den Fahrern gibt, auch wirklich tatsächlich, sage ich mal, der Realität entspricht. Alles in allem, glaube ich, bei den Scouts ist das jetzt nicht so dramatisch, wenn man hier jetzt auch nicht so High-End-Personal hat, denn wenn ihr wirklich hier super Talente scoutet, nenne ich jetzt mal, die 5 bis 8 haben, im schlimmsten Fall ist das Talent dann ein, zwei Punkte niedriger. Dann habt ihr aber immer noch einen sehr talentierten Fahrer, also das werdet ihr auch mit jedem Scout dann hinkriegen. Jetzt einmal zu Beginn will ich hier kurz noch einmal ein paar Namen an die Hand geben, bitte ignoriert am besten einfach diese automatischen Schnellbewertungen. Ich finde es auch, ja, blöd, dass man die hier nicht draus löschen kann, muss ich sagen, aber das war leider einfach schon so bei den Scouts. Aber ich habe Fahrer gescoutet wie Kowi, Dainese, DeWolf, Nils Ekhoff, Erik Vetter, Kiko Galvan, Aiden Groves und so weiter, die nur bei einem Potenzial von 1 bis 4 waren und dementsprechend nicht mit in meiner Liste aufgetaucht sind. Nun schauen wir uns hier jetzt einmal meine Liste an 50 Fahrern an, die ich, wie gesagt, zusammengestellt habe. Das sind meiner Meinung nach auf jeden Fall Talente, die ihr euch gerne auch auf euren Zettel quasi schreiben könnt, wenn ihr auf der Suche nach Talenten seid. Also angefangen hier bei Tobias Voss vom Team Jumbo-Wissmann, was ich sagte, oder Mauri van Zeevenand, der auch jetzt das Olympische Straßenrennen noch für das Team Belgien fahren ist. Ansonsten beim Team Deköning. Marco Brenner vom Team DSM sollte höchstwahrscheinlich so ziemlich jeden ein Begriff sein. Super Talent mit 18 Jahren. Dann haben wir noch Ilin van Wilder, ebenfalls vom Team DSM. David Decker, der 23-jährige Sprinter vom Team Jumbo-Wissmann, der gerade zu Beginn des Jahres bei der URE-Tour eine gute Figur abgegeben hat. War da im Sprint immer ziemlich weit vorne. Dann seht ihr aber auch beispielsweise ganz andere Fahrer, wie zum Beispiel Binyam Girmay, der jetzt hier gar keinem Team zugeordnet ist, der gar nicht unter Vertrag steht. Er war bis zum 30.05.2021 im Team Delco. Und ja, jetzt quasi teamlos. Leider kann man ihn natürlich in der Karriere bei PCM nicht direkt am Anfang verpflichten. Aber ja, spätestens dann in der ersten Transferphase könntet ihr dann den ins Visier nehmen. Ansonsten will ich nochmal exemplarisch ein paar Fahrer rauskehren, die jetzt vielleicht nicht allen bekannt sind, weil sie auch nicht in einem Worldtour-Team fahren. Das wäre zum Beispiel von Alpecin Fenix Tobias Bayer, der Österreicher hier. Oder Alexander Cepeda von Androni, der Kletterer aus Ecuador. Des Weiteren haben wir Pierre Barbier vom Team Delco. Oder auch Thibaut Nies von Ballouart Trek Lions, den 18-jährigen Belgier. Sowie den deutschen Florian Lipowitz von Tirol KTM. Zwei junge Sprinter von Pro Conti Teams wären einmal Antricht von SEG Racing. Und Sascha Wehmers von Sport Landerin. Ich werde jetzt nicht jeden einzelnen, gerade von den 50 Fahrern, durchgehen. Euch aber gerne nochmal für jeden Bereich so die Top zeigen, dass wir hier mal so die erste Seite durchgehen. Hier nach den Eigenschaften quasi sortiert. Und ganz am Ende, keine Sorge, werden wir auch nochmal darauf blicken, was sind wirklich laut den Scouts, die ich hier habe, was sind die 5 bis 8 Supertalent-Kandidaten. Da sind auf jeden Fall auch einige dabei, die ihr euch mit einem Sternchen entsprechend markieren könnt. So, für den Bereich Berg gehe ich jetzt einfach mal die besten Fahrer hier durch. Wir haben Van Sevenand, Voss, Simon K., Maxim van Gils, Matthias Gelmose, Alexander Cepeda, Carlos Rodriguez, Matteo Jorgensen, Kevin Collioni, Thümen Ahrensmann, Juan Ayuso, Edith Schelling, Ellen van Welder und Samuele Batistella. Dann wäre es im Bereich Zeitfahren noch hinzugekommen. Wir haben hier ein paar doppelte Nennungen, aber wer vorher noch nicht in Erscheinung getreten ist, wären zum Beispiel Andreas Lecknesund, ebenfalls DSM, Hier haben wir nicht ganz so viele über 70er, aber nochmal ein paar der besten Kopfsteinpflasterfahrer. Auf jeden Fall Florian Fehrmersch vom Team Lotto-Sodal, Edith Schelling von Bora-Hans-Krohe, Quinn Simmons von Treckseger Fredo, David Decker nochmal von Jumbo Wismar, sowie Andreas Lecknesund, Matteo Jorgensen und Jake Stewart. Dann die besten Sprinter sind neben David Decker, Jake Stewart, Van Tricht, Girmay, Pierre Barbier, Wehmas, Hüssen, Fehrmersch, Biede Schelling und Stefano Aldani. Wofür dieses Video natürlich auch dienen soll, ist, dass ihr euch mal eine Basis an Talenten im Kopf, so der Erfahrung nach, ja bildet, auf die ihr zurückgreifen könnt. Denn Scouting, muss ich auch sagen, ist schon ziemlich langwierig in Procyclingmanager. Also wenn ihr jetzt sagt, ihr fangt wirklich bei Null an, wisst nichts sozusagen, dann ist es meiner Meinung nach ziemlich schwierig, auch einfach vom Zeitlichen gesehen, weil das Scouting einfach lange dauert. Wenn ihr da bei Null anfangt und dann wild drauf los scoutet, das kann sein, dass ihr da auch nach mehreren Monaten gar nicht so viele talentierte Fahrer dabei habt, wie euch vielleicht lieb wäre. Denn so ein Scoutingbericht kann schon mal ein paar Tage jeweils dauern und das summiert sich dann natürlich entsprechend. Zudem habe ich ja leider schlechte Erfahrungen gemacht, was Scouts anbelangt, in der Hinsicht, dass bei mir sich öfter mal ein Bug einschleicht. Wenn ich einem Scout zu viele Aufträge gebe, dann macht er quasi gar nichts mehr. Als ihr das mal haben solltet, einfach den Typen entlassen und einen neuen Scout einstellen. Aber mein Workaround ist, dass ihr da kontinuierlich reinschaut und einem Scout vielleicht maximal so fünf Aufträge gebt nacheinander. Dann ist er da in, ich weiß nicht, zwei, drei Wochen oder so mit durch. Und dann soll er die nächsten fünf Leute scouten. So mache ich das öfter mal. Wenn ihr jetzt eine große Scout-Offensive geplant habt, dann stellt genügend gute Scouts ein. Dann könnt ihr da auch parallel viele Fahrer scouten. Das nur so mal dazu. Ansonsten, ja was sind denn grundsätzlich, wenn man sich jetzt auch noch nicht so mit PCM auskennt, Teams, wo man überhaupt sich mal umschauen könnte? Ich kann Teams empfehlen, die man auch natürlich durchaus durchs echte Leben kennt, weil dort immer wieder sehr gut Talente zum Vorschein gekommen sind. Also ihr könnt auch, sage ich mal, so etwas ganz Simples machen wie, schaut mal nach dem Altersdurchschnitt sozusagen eines Teams und dann stellt ihr fest, bei Israel Startup Nation, das ist eines der krassesten Beispiele meiner Meinung nach. Das Team ist insgesamt ziemlich alt. Hier, die haben zwar auch ein paar junge Fahrer, aber das hält sich wirklich sehr in Grenzen. Dahingegen sieht das zum Beispiel beim Team DSM ganz anders aus. Also DSM hat haufenweise Fahrer, die potenziell für euch in Frage kommen, wenn ihr junge Fahrer haben wollt. Davon haben wir ja auch schon mehrere jetzt auf meiner Liste gesehen, so wie Brenner, Van Wilde, Ahrensmann und Lecknesund. Also DSM ist für mich immer eine andere Laufstelle. Die haben noch entsprechend ein Development Team, ein Nachwuchsteam, wo auch sehr gute Fahrer dabei sind. Das Nachwuchsteam von Jumbo Wisma ist ebenfalls mit ein paar schönen Talenten ausgestattet. Und ansonsten finde ich noch, ist immer interessant, das norwegische Team UNOX. Die haben grundsätzlich auch sehr junge Fahrer. Wenn man hier mal overall einfach guckt, ob die jetzt im Detail immer, ja, ab fünf aufwärts talentiert sind, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Aber grundsätzlich haben die viele junge Talente, wo es sich auf jeden Fall lohnt, schon mal einen Blick reinzuwerfen. Und ihr müsstet Fahrer ja auch nicht unbedingt für immer verhalten, wenn sich dann doch herausstellt, dass es nicht das Megatalent ist, was man sich vorher erhofft hatte. Ein Level darunter, jetzt im Kontinentalbereich, gibt es noch das Team Hagen, Speermanns, Axion. Vielleicht sagt das dem ein oder anderen Experten von euch, etwas dort sind in früheren Jahren auch einige Top-Fahrer, ja quasi groß geworden, die inzwischen auch im Profi-Peloton unterwegs sind. Also die sind grundsätzlich auch immer für Supertalente gut. Um dafür nur mal ein paar Beispiele zu nennen, also in vergangenen Jahren sind dort Fahrer herausgekommen, wie Joao Almeida, Mikkel Bjerg, Jasper Philipsen, Eddie Dunbar oder Nielsen Paulus. Nun werfen wir nochmal einen Blick auf die absoluten Supertalente und schauen uns die im Detail auch mal einmal an. Angefangen bei Roger Adria, ein 23-jähriger Ponscheur vom Team Kernfarmer. Das heißt, da habt ihr auch direkt einen, der sozusagen aus der zweiten Liga kommt und im Prinzip für jeden, der Talente haben möchte, quasi ein Must-Have ist. Ich beschränke mich hier jetzt natürlich nur auf echte Fahrer, auch mit Fotos und nicht auf ja hier automatischen Schnellbewertungen, die jetzt hier noch leider mit dazwischen sind, weil meine Scouts da irgendwelche Nachwuchsfahrer gescoutet haben. Die könnt ihr ignorieren. Weiter geht's mit dem schon bereits vorher angesprochenen Andreas Lecknesund. Sehr kompletter Fahrer im Bereich Zeitfahren und auch Berg. Ein sehr großes Talent, der sicherlich in den nächsten Jahren für Furore sorgen kann. Derzeit eines der größten deutschen Talente ist sicherlich auch Florian Lipovitz, 20-Jähriger vom Team Tirol KTM. Das heißt, auch von einem Nicht-World-Tour-Team. Da kann man auch natürlich mal vorbeischauen. Ineos hat einen neuen Superkletterer in ihren Reihen. Das ist Carlos Rodriguez. Der 20-jährige Spanier hat hier schon eine 74 Berg. Dann kommen wir weiter zu einer italienischen Hoffnung im Bereich Zeitfahren. Vielleicht der nächste Filippo Ganna. Das ist einmal Antonio Tiberi. Also alles in allem schon ziemlich kompletter Fahrer. Die sekundären Werte könnten jedoch noch ein bisschen besser sein. Dann ein belgisches Supertalent à la Remco Evenepoel. Minus wahrscheinlich die Zeitfahr-Fähigkeit. Das ist Henry Van den Abele vom DSM Development Team. Guter Kletterer, aber ebenso ziemlich punchy. Hügel und Beschleunigung auch eine 73 und schon sehr hohen Regenerationswert von einer 74. Und im nächsten Bereich wären wir dann vier bis sieben bei Leuten wie Ahrens Mann, Juan Ayuso, Tobias Bayer, den Österreicher, Giniam Girmay, Matteo Jürgensen, Ibo Nies und Stefano Oldani, um nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Zum Abschluss möchte ich nochmal erwähnen, dass ich hier mit der WorldDB gerade spiele und dass ich da natürlich auch durch entsprechende Updates die Werte der Fahrer beziehungsweise auch deren Potenzial natürlich stetig ändern kann. Also legt das jetzt nicht auf die Goldwaage, wenn das ja theoretisch morgen schon wieder anders aussieht. Das ist halt mal quasi so ein Snapshot, den ich gemacht habe. Die Datenbank ist jetzt auch nicht von heute, muss ich sagen, zum Zeitpunkt der Aufnahme insgesamt noch recht aktuell, aber da kann sich natürlich stetig was dran ändern. Das bitte ich einmal zu berücksichtigen. Ansonsten soll es das jetzt erstmal gewesen sein mit diesem Video. Ich hoffe, ich konnte auch gerade Leuten, die sich ja in dem Bereich bislang noch nicht so sehr mit Talenten in dem Spiel beschäftigt haben oder das Spiel auch noch generell nicht angefangen haben, weiterhelfen, indem ich euch hier mal 50 Fahrer nahegelegt habe, die aus verschiedensten Bereichen und Teams kommen, die für euch, wenn ihr junge, talentierte Fahrer braucht, auf jeden Fall in Frage kommen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, um keines meiner Videos mehr zu verpassen. Habt ihr noch weitere Talente, die ich jetzt hier nicht auf dem Zettel hatte, dann schreibt es doch einfach gerne mal in den Kommentaren. Wenn ihr für kommende Videos noch Ideen oder Vorschläge habt, dann lasst es mich gerne wissen, entweder via Twitter oder ebenfalls im Kommentarbereich. Ich freue mich da auf jeden Fall immer auf euer Feedback. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, Mr. Luke zockt pro Cycling Manager 2021. Bis dahin und macht's gut. Ciao. Ciao.